Gleich spürt er was. Gib Gas und Rami! Alter, die wüsste nicht los, ey. Da habe ich jetzt ein etwas schnelleres Auto erwischt. Kann auf jeden Fall beschleunigen. Versperr ihm den Weg! Es kommen immer mehr von diesen Lappen, ey. Bringt ihn ab, Leute! Oh, ich glaube, den habe ich ja nicht. Da ist der kleine Bastard! Ich habe keine Batterie mehr. Scheiß Akku! Das ist der kleine Bastard! Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas überheifrig. Dein Neff ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... ...hull meine Schwester ans Handy. ...und ich reagieren. Ich will nicht reagieren. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht eh immer zu weit. Er wird Niki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay. Das erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Es ist das ganze dije. Ich muss meine Schwester anwenden geben. Ich werde mich umfasseln. die hafenbehörden haben einen container konfiszierte militärtaugliche waffen im millionenwert enthielt die ladung kam aus mitteleuropa wie sie ins land kam ist bisher noch ungeklärt laut polizei war die aktion teil einer großwarnung so wie komme ich da hoch das ist die afc ist schon zug so wenn ich keinen bock habe die ganze strecke zu fahren steigen wir hier wieder aus so So, Auto haben wir. So, vielleicht kriegt man überlegt das Auto. So, die hacken wir mal. Komm her. Hey Fotze. Willst du mich verarschen? Soll ich mich voll erstellen oder was? Also. Und zwar ein Typ, glaube ich, oder? Egal. Das hat er auch lange nicht mehr gemacht, oder? Was für ein Brechen ihr könnt. Geh doch mal aus dem Weg, Kinders. Was für ein Brechen? Was für ein Brechen? Was für ein Brechen? Was für ein Brechen? Hm. Wie geht's ihm? Ganz gut. Er sitzt. Da werden wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Ah, wir haben ihn. Oh, wie ich da reingeschappt kam, ey. Oh. Oh. Exakt. So, wir haben wieder Skill-Punkte, Leute. Die müssen wir auch mal wieder aufbrauchen. Aber erst mal wollte ich die nächste Mission starten. Es muss doch einen Weg geben. Und Demian braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lass ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nicky frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich hab leider keine Wahl. Ach 37, was auch an? Ihr seid ihr bereit? Aber ehrlich? Warum kannst du nicht noch besser machen?